So, und jetzt habe ich meine 40-Jahres-Urkunde bekommen und den Dank von der Ministerin. Ja, und jetzt geht es aber eher darum, richtig durchzustarten. Und was mache ich jetzt gerade? Natürlich den Learn-to-Learn-Online-Kongress zu organisieren. Wir sind ganz viel beim Videodrehen, beim Interviewführen und so weiter. Und die letzten drei Jahre waren hervorragend. In den Ergebnissen, ganz, ganz viele Zuschriften sind gekommen von unseren Lernfreudigen, die sich bedankt haben, dass wir sowas auf die Beine gestellt haben. Bei manchen hat sich wirklich das Leben verändert. Bei manchen hängt der Haussegen eben nicht mehr schief. Dann sind Schülercoaches ausgebildet worden. Trainer haben sich bei uns gemeldet, die möchten die Ausbildung haben. Also ganz, ganz viele. Einige haben jonglieren gelernt, andere können jetzt plötzlich zeichnen. Und vor allen Dingen können sie besser lernen. Und auch in diesem Jahr habe ich wieder ganz tolle Menschen an die Strippe gekriegt, an Zoom-Werkzeuge, an direkte Interviews und die all ihr Wissen euch bereitstellen. So, und wann wird der stattfinden, der Kongress? Der wird wieder im September stattfinden. Aber jetzt schon kannst du dir das Ticket buchen. Wir sind ja 15 Jahre jetzt geworden. Also das Frühbucherticket, da hauen wir einfach 15 Prozent Rabatt drauf. Das heißt also, du kriegst es 15 Prozent günstiger. Und ich würde an deiner Stelle das jetzt machen, denn Ende Juli ist diese Rabattaktion dann natürlich vorbei. Also jetzt buchen, und zwar hier unten an dem Button, dein Jens Vogt.